Im Frühjahr 1945 ist der Zweite Weltkrieg in Europa entschieden. Allein der fortschreitende Vormarsch US-amerikanischer, britischer und französischer Truppen aus Westen und Süden stellt die Wehrmacht vor kaum lösbare Probleme. In Verbindung mit den raschen Erfolgen der Roten Armee im Osten, die bereits Polen und die damaligen deutschen Ostgebiete erobert hatte, war die Niederlage Deutschlands unabwendbar. Bereits auf der Konferenz von Teheran 1943 hatten die Staatschefs der drei alliierten Großmächte Absprachen für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen. Um offengebliebene Fragen bezüglich des Umgangs mit Deutschland und des Krieges im Pazifik zu klären, lud Stalin den amerikanischen Präsidenten Roosevelt und den britischen Premier Churchill zwischen dem 4. und 11. Februar in den Levadja-Palast auf der Halbinsel Krim ein, zur Konferenz von Yalta. Doch welche Interessen verfolgten die Verhandlungspartner? Welche Entscheidungen wurden getroffen und wer ging gestärkt aus der Konferenz hervor? Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß! Der gesundheitlich stark angeschlagene Franklin Roosevelt und Winston Churchill reisten in einer für die Westalliierten ungünstigen Lage an. Die Rote Armee der Sowjetunion war schon weit in ehemals deutsches Territorium vorgedrungen, im Februar 1945 errichteten sie bereits militärische Stützpunkte westlich der Oder. Der Großteil Ost- und Südosteuropas befand sich unter sowjetischer Kontrolle und zählte somit bereits zu Stalins Einflusssphäre. Zudem neigte sich der Weltkrieg in Europa zwar dem Ende, der Pazifikkrieg gegen Japan war jedoch nach wie vor in vollem Gange. Daher galt es speziell für Roosevelt, Stalin zum Eintritt in den Krieg gegen Japan zu bewegen. Die Prioritäten und Ziele der Beteiligten waren sehr verschieden. Churchill, der Premierminister Großbritanniens, wollte vor allem eins. Eine friedenssichernde, demokratische und partnerschaftliche Nachkriegsordnung in Europa mit Frankreich als starkem Partner. Stalin hingegen zielte auf eine Anerkennung seiner Interessenssphären in den sowjetisch besetzten Gebieten in Ost- und Südosteuropa ab. Zudem war er auf Kriegsentschädigungen vom besiegten Deutschland angewiesen. Kein Land war vom Zweiten Weltkrieg so gebeutelt worden wie die Sowjetunion. Die finanziellen Schäden beliefen sich damals auf über 100 Milliarden Dollar. Roosevelt hingegen zielte, wie bereits angesprochen, auf eine Unterstützung der Sowjetunion im Krieg gegen Japan ab. Zudem reiste er mit dem unbedingten Willen an, eine Einigung mit Stalin zur Gründung der Vereinten Nationen zu erreichen. 1941 hatten sich Roosevelt und Churchill in der Atlantik-Charta auf das Ziel verständigt, eine neue internationale Staatengemeinschaft zu gründen. Das zunächst bedeutendste Verhandlungsthema war der Umgang mit dem besiegten, kriegsschuldigen Deutschland. Konsens herrschte darüber, dass die bedingungslose Kapitulation das Ziel war und eine Entnazifizierung und Entmilitarisierung Deutschlands unbedingt nötig sei. Uneinig waren sich die Alliierten jedoch über eine etwaige Teilung Deutschlands. Churchill fürchtete durch diese eine Schwächung der europäischen Wirtschaft. Stalin wiederum sprach sich auf der Konferenz noch für eine Teilung aus, revidierte diese Meinung jedoch einen Monat später, im März 1945. In Folge dieser Unstimmigkeiten wurde keine Einigung erzielt und in der Abschlusserklärung wurde eine Formulierung gewählt, die entweder als Teilung Deutschlands oder lediglich als Dezentralisierung des Staates verstanden werden konnte. Auch bei der Festlegung der Kriegsschuldzahlungen endete die Konferenz ergebnislos. Stalin wollte durch Entschädigungen die enormen Verluste ausgleichen, die die Sowjetunion durch den Eroberungs- und Vernichtungskrieg der Deutschen im Osten erlitten hatte. Er schlug eine Festlegung der Entschädigungshöhe auf 20 Milliarden Dollar vor. Zehn Milliarden davon sollten an die Sowjetunion fließen. Churchill sprach sich jedoch dagegen aus, da er die schweren Auswirkungen der Zahlungen auf die Wirtschaft des neuen Deutschlands fürchtete. In einer damals nicht veröffentlichten Vereinbarung einigten sich die Vertragspartner jedoch auf drei Arten, Reparationen vom besiegten Deutschland zu beziehen. Erstens durch die Entnahme von Maschinen, Instrumenten und Patenten. Zweitens durch die Forderung von Lieferungen aus der laufenden Produktion der Deutschen und drittens durch die Nutzung der Arbeitskraft deutscher Spezialisten. Anschließend galt es, die zukünftige Rolle Frankreichs zu klären. Aufgrund der langen Besetzung durch die Deutschen war Frankreich kein Teil der Alliiertenkonferenzen gewesen. Doch Churchill bestand auf eine Beteiligung Frankreichs am Alliiertenkontrollrat in Berlin an der Verwaltung Berlins und forderte eine französische Besatzungszone. Stalin stimmte unter der Maßgabe zu, dass die französische Besatzungszone aus Teilen der britischen und US-amerikanischen gebildet werden sollte, sodass die Sowjetunion keine territorialen Einbußen erleidet. Das nächste Thema war der Umgang mit dem ersten Opfer des Zweiten Weltkriegs, Polen. Als neue Ostgrenze wurde, wie bereits auf der Konferenz von Teheran 1943 besprochen, die Körsenlinie mit leichten Abweichungen festgelegt. Dies ist als deutlicher Sieg für Stalin zu werten, da die Sowjetunion dadurch deutliche Gebietsgewinne verzeichnen konnte. Für Polen bedeutete dies zunächst einen immensen Gebietsverlust, der durch eine allgemeine Westverschiebung Polens und daraus folgende Gebietsgewinne im Westen und Norden ausgeglichen werden sollte. Des Weiteren legten sich die Alliierten auf die Errichtung eines freien, starken, unabhängigen und demokratischen Polens fest. Allgemein billigten die Konferenzteilnehmer allen europäischen Staaten das Entscheidungsrecht zu, frei die Regierungsform, unter der sie leben wollen, selbst zu wählen. Von der Sowjetunion wurde diese Vereinbarung nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch nicht eingehalten. Neben Churchill und Stalin gelang es auch Roosevelt, seine Hauptziele durchzusetzen. Stalin erklärte sich bereit, spätestens drei Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa in den Krieg gegen Japan einzutreten. Diese Vereinbarung hielt Stalin ein. Am 8. August 1945 erklärte die Sowjetunion Japan den Krieg und marschierte zunächst in die von Japan besetzte Manchurei ein. Des Weiteren gelang es Roosevelt, Stalin von der Gründung der Vereinten Nationen zu überzeugen. Dieser willigte jedoch nur ein, weil im mächtigsten Komitee, dem Sicherheitsrat, ein Vetorecht für die fünf ständig vertretenen Großmächte, USA, Sowjetunion, Großbritannien, Frankreich und China eingeführt wurde. Darauf hatte Stalin bestanden. Somit wurden bei der Konferenz von Jalta einige wichtige Entscheidungen getroffen. Die territorialen und machtpolitischen Verhältnisse der Nachkriegszeit wurden in Teilen festgelegt, bezüglich Deutschlands wurden jedoch kaum neue Einigungen erzielt. Auch die polnische Westgrenze wurde offengelassen. Konkrete Fragen diesbezüglich wurden auf die Konferenz in Potsdam nach dem Ende des Krieges vertagt. Weiterhin wurde der Kriegseintritt der Sowjetunion gegen Japan und die Gründung der Vereinten Nationen geplant. Die historische Bewertung dieser Konferenz ist durchaus umstritten. Besonders über das Verhalten Roosevelts scheiden sich die Geister. Schließlich gelang es Stalin auffällig oft, seine Interessen durchzusetzen. Die Westverschiebung Polens, die wenn auch eher inoffizielle Anerkennung der sowjetischen Interessenssphären in Ost- und Südosteuropa, das Vetorecht der Großmächte im Sicherheitsrat. Einige Historiker meinen gar, Roosevelt habe sich in Jalta von Stalin über den Tisch ziehen lassen. Andere sehen in ihm einen Realisten, der gegen Stalin das herausgeholt habe, was unter den Umständen möglich war. Strittig ist besonders, ob Churchill und Roosevelt die baltischen Staaten und Osteuropa gegenüber Stalin bewusst aufgaben oder tatsächlich glaubten, die Ost-West-Abgrenzung in Europa verhindern zu können. Welche Einschätzung letztendlich auch zutreffen mag, die Konferenz von Jalta ist als Weichenstellerin für die Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg keineswegs unterzubewerten. Neben einigen Absprachen über den Kontinent Europas sind besonders die Gründung der Vereinten Nationen und der abgesprochene Kriegseintritt der Sowjetunion gegen Japan am 8. August 1945 zu merken. Was denkt ihr? War Stalin der Sieger der Konferenz von Jalta oder hat Roosevelt das Beste aus einer eher ungünstigen Ausgangslage der Westalliierten gemacht? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Hier geht es direkt weiter mit den anderen Nachkriegskonferenzen. Bis gleich!